Warum fische ich eigentlich? Ich frage mich das, wenn es am Wasser mal nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann etwa, wenn mein Bruder besser fängt als ich. Denn wir beide sehen Fischen als Wettkampf. Was gibt es denn Schöneres auf der Welt, als den eigenen Bruder beim Fischen zu übertrumpfen? Ehrlich gesagt geht es mir auch um Macht, doch nicht um jene Macht dieser Clowns mit den atomaren Sprengköpfen. Fischen hilft mir gerade, mich diesem ganzen Wahnsinn zu entziehen. Doch eine Sache ist noch wichtiger als alles andere. Ich meine die Gefährten am Wasser. Egal, ob am schönsten Bach der Welt oder am schwallgeplagten Kanal. Fischen verbindet. Das Glauben für immer. 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 Untertitelung des ZDF, 2020